Prozent 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 hier drüber okay bis jetzt läuft es ja noch ziemlich gut ich sehe unseren Kackfreund noch nicht jetzt aber Oh mein Gott Meat Boy ehrlich du bist so scheiße Ha versteht ihr scheiße Nein doch versteht ihr schon unser kleiner Scheißfreund dahinten naja so jetzt schaffen wir es aber mit einer nullprozentigen Sicherheit aber vielleicht sind diese nullprozentiger schon genug wieso bist du nicht gesprungen du Stück Fleisch so das Stück Scheiße springt immer Mann das war knapp hier unten wird es immer so scheiße schwer finde ich alles klar das war doch ziemlich easy spring 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 ich hab's überlebt ich bin ein Held oder wie geht's dir mein Kackfreund iiih der fasst scheiße an mein Gott doch doch Fetus du kannst nicht deine eigene Ausgürt Wurz abwerfen na n n n du auf Geburt der Hölle k n ab in die Hölle so wie Minecraft hat obwohl ich da noch nicht in der Hölle war aber gut und war das ist warm jetzt so was passiert jetzt mein Gott everybody is Kung Fu Fighting ey du hast mir wehgetan und so sind wir also in die Hölle gekommen wie bei am Spieß in der Hölle ich würde mal sagen das erste Level Nutzung diese Heavy Metal Musik ist ein bisschen lauten der Hölle alles klar da sterben alles klar so sterben wir auch ich empfehle dir lieber Meat Boy nicht in die heißen Lava zu springen denn die ist richtig heiß und die wird dich mit Qualen äh nicht zur Hölle jagen da bist du ja schon ähm umbringen und dich dadurch in den Himmel jagen also ich weiß nicht wo ich lieber wäre wenn nicht du wär aber naja so Level Complete geht's okay ich verstehe schon ich muss ganz schnell hier runter und dann in Mohl so und alles klar dann hier drüber und warten auch okay liebe Kreissäge hui zack alles klar das wär's dann wohl Level 2 geschafft wow yo wen willst du verarschen liebe Hölle so schnell steigt die Lava in keinem Vulkan an ich glaube ich naja so zack 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 äh mein Gott mein Gott Meat Boy das heißt passt auch auf ui 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 kann mein kleiner Fleischfreund das schaffst du ha scheiße oh man seitdem wir bei diesem scheißkerl waren sag ich so oft scheiße naja so das Level will ich jetzt noch schaffen mindestens das Level vorher hörst nicht auf aufzunehmen vielleicht auch doch mal schauen wenn ich es wirklich nicht gebacken kriege so wie jetzt älter auf der oder später schaffe ich das ich bin mir sicher und wenn es auch offscreen sein wird ich will es schaffen hm ich muss schneller sein als die Lava wär die Lava nur so schnell wie unser kleiner Freund vorhin naja ich verlange mit zu viel so jetzt ich glaubt mit ist zu langsam so ach scheiße zack zack und zack 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 nehmen wir mal diesen das glaube ich noch schnell schwieriger so um einmal so und dann so langsam fehlen mir echt die Worte auf mein Gott das hätte ich jetzt scheiße 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 als ich hab kein bock auf super wie boi das ist viel zu schwer ach das scheiß spiel könnte man echt an die Wand klatschen alles klärchen alles klärchen my friend so so ich liebe dich Gott aber wie so hilfst du mir in der Hölle das verstehe ich nicht ja um Gottes Willen alter okay die Kugeln haben so ihren Rhythmus das heißt ungefähr jetzt darf ich hier wenn ich es dann schaffen wird und du bist scheiße alles klar das hat ja schon mal von sie und ihn aber auch nicht so nee so funktioniert das ganze nicht dabei saß grad noch so easy knapp vielleicht klappt es ja besser mit Commander Video so let's go lieber Commander dann einmal zack so jetzt warten 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 dann kann ich ja rein theoretisch auch so machen das ist gut es hat wohl nicht so funktioniert wie es funktioniert und soll zu wei auch holla hau hau Nord schnell ach du dreckiger Pernadu Du bist ein Penner-Commandor-Video. Oh Mann. Das ist schwer, das Level. Ich mach die Hölle nicht. Nur gut, dass ich keiner von denen bin, die so übertrieben upragen. Denn... Ich könnte dazu übertrieben upragen. Achso, hab ich schon erwähnt, dass ich einen neuen Stuhl habe und der deshalb nicht mehr quischt. Supercool. Der Stuhl ist echt bequem. Ganz ehrlich. Also jeder, der keinen bequemen Stuhl hat, ich empfehle euch einen bequemen Stuhl zu kaufen. Da kann man schön drin sitzen. Ach Mann. Stühle sind toll. Nicht so wie Fleischklöpse. Wolle Fleischklöpse sind auch ganz lecker. Was meint ihr, was aus dem Fleisch bestätigt mit Wolle? Vielleicht haben... Blammel. Blammel. Äh... Hasel. Hm. Sind. Mal schauen. Vielleicht auch Fleisch von Bullen. Könnte ja sein. Ich verstehe... Ich... Ein Stückchen höher. Dann hätte ich es geschafft. So und... Zack. Ähm... Komm her. Jetzt. Ach, Commander Video. Das schaffst du. Ich glaube ganz fest an dich. Komm. Und jetzt... Geh das aus. Und... Ähm... Hm. Und zeig diesen Kettensägen, was du drauf hast. Greifsägen. Wow. Ich hab mein... Nein! Um Gottes Willen! Ich warte über! Oh mein Gott! Ich warte über! Leute. Ich sag's euch. Das Spiel ist echt mies. Kauft es euch nicht. Das will euch doch nur ärgern. Genauso wie es mich gerade ärgert. Ich bin emotional total am Ende. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was wird aus mir, wenn ich 18 bin? Okay. Langsam fang ich an zu... übertreiben. Aber das kann man ja auch nur machen bei einem Spiel. Das ist auch total übertreibt mit dem Schwierigkeitsgrad. Naja. Schwierigkeits-Koll-of-Duty auf Veteran durchzuspielen. Wobei jetzt... Ich erst noch nicht mal auf Veteran durchablaut. Naja. Weil ich ungefähr bei der Hälfte keinen Bock mehr hab. Tja. Naja. Bei Super Meat Boy hab ich ja schon über die Hälfte geschafft von den Light World Levels. Ich steh da nicht über Dark World. Damit kommt mir erst gar nicht an. Dann werde ich... total... depressive. so... und nein, ich werde keine Dark World Levels zeigen. Ja! Commander Video, ich liebe dich! Ähm... Scheint so, als wäre das die richtige Welt für Commander Video. Zack! Oh mein Gott! Das ist nicht wahr. Wollte ich nicht schon längst aufhören? Naja. Oh! Okay, ciao. Ciao, bis dann.